Musik Ja hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Moon Let's Play Ja und ich habe euch versprochen, ich werde in dieser Folge mal in die Boutique shoppen gehen und euch mal zeigen, was es so alles für neue Klamotten gibt Da ist Lilly Man kann sich nämlich umziehen Hallo Gameblamer, dürfte ich dich etwas fragen? Suchst du dir deine Kleidung eigentlich selbst aus? Äh, na klar Natürlich, wie wohl die meisten anderen Leute auch, nicht wahr? Ich trage immer nur die Kleidung, die meine Mutter für mich ausgesucht hat Übrigens, was Blödsinn ist, sie wohnt beim Professor Ne, sie wohnt beim Professor Und ist obdachlos Und dann sagt sie plötzlich, ich trage immer nur die Kleidung, die meine Mutter für mich ausgesucht hat Riesenfehler hier im Pokémon Go Äh, Pokémon Go sag ich schon, im Pokémon Mond Riesenfehler Ich hoffe, er ist euch aufgefallen Daher weiß ich auch nicht so recht, welche Sachen mir überhaupt stehen Ach, übrigens Gameblamer Schau mal, was ich vorhin in der Boutique erhalten hab Kaum hatte ich den Laden betreten, hat mir einfach so diesen Artikel überreicht Allem Anschein nach war ich der 99.999. Kunde der Boutique Da ich aber so etwas ähnliches bereits besitze, würde ich ihn gerne dir überlassen Ich erhalte ein Linsen-Itui Oh mein Gott Jetzt haben wir etwas gemeinsam, nicht wahr Gameblamer? Ja Wunderbar Eine große Stadt braucht natürlich auch einige Einrichtungen So wie das Rathaus zum Beispiel Da möchte ich aber gar nicht dran denken, an das Rathaus Ich möchte shoppen Ich will etwas kaufen Und zwar möchte ich ein Tanktop in schwarz Ich möchte eine Dreiviertelhose in schwarz Obwohl, oder haben sie noch andere? Ne Eine Dreiviertelhose in schwarz Ich bin so ein Schwarz-Typ Ich trage gerne schwarz, wie man hier jetzt gerade auch wieder sieht Und Knöchelsocken in schwarz So Weitere Sachen gibt es hier leider noch nicht Doch, Mützen Filzhut Den würde ich mir sogar auch noch holen Bam Ansonsten wird es noch Taschen, Schuhe, Brillen und Haarschuhe Schmuck geben, aber gibt es leider nicht in diesem Geschäft Meine Neuanschaffung möchte ich natürlich auch direkt anziehen Vielen Dank, bitteschön So Seht doch jetzt schon viel smarter aus, oder? Ich finde schon Gleich egal, was ihr jagt So Rennen wir mal zu unserem nächsten Ziel Oh Vielleicht an der Straße lang Ich habe dem Käpt'n Bescheid gesagt, dass sich schon wieder Mitglieder von Team Skull Am Hafen herumtreiben Wie heißt es so schön? Müßig gangen ist aller Lasteranfang Für Team Skull gibt es das ganz Besonderes Diese Typen sind echt Schurken Sie fangen ohne Vorwarnung Streit an und versuchen die Pokémon anderer zu stehlen Auf die Pokémon in der Prüfungsstätte hatten sie es auch abgesehen Vermutlich, um sie zu verkaufen Sie schaffen es zwar nicht, sich einzuschleichen Sie schaffen es zwar, sich einzuschleichen Aber der Rest des Plans geht immer in die Hose In die Hose Team Skull treibt sich in der Hafengegend herum Ich bin schockiert Brst Ja, ich lese auch das Rotom vor So, was ist hier los? Ach ja, stimmt Er wollte mir ja zeigen, wo es was Leckeres zu essen gibt Hey, Gameblamer Das ist der Laden, den ich dir zeigen wollte Hier gibt es was super Leckeres Soll dein Team erfolgreich sein, dann kauf Masladas ein Nur ein Häppchen davon und ich lieb jedes Pokémon Wenn dir etwas an deinen Pokémon liegt, musst du ihnen einfach ein paar Masladas kaufen Vielleicht gehe ich als nächstes zum Hafen und brülle alles ins Meer hinaus Was mir auf dem Herzen liegt Opi, ich werde dich besiegen Selbst wenn du alles gibst Sowas in der Richtung Oder Ich bin der König der Welt Willkommen im Masada-Laden Der Wiege des guten Geschmacks von Alola Welchen Masada darf ich dir anbieten? Den Zuckermaslada Und welchen Pokémon möchte ich das geben? Natürlich meinem Lendenbrand Lendenbrand Dann nimm bitte Platz Ich bringe dir gleich einen frischen frittierten Malasada rüber Du fütterst deinen Flamiau mit dem Zucker-Malasada Flamiau zerdrückt den Zucker-Malasada Krampf, Mampf, Mampf, Krampf Flamiau ist zutraulicher geworden Das freut mich doch Oh, da hinten ist ein Quapuzzi Das ist schon kein Quapsel mehr Das sieht man an den Augen, die oben drauf sind Pokémon-Fachwissen vom Feinsten hier Und da sind wir am Hafen Hi Hallöchen, ich bin Käpt'n Elima Jojojo, Team Skulls A zu grüßen ist nicht zu grüßen Jo, Käpt'n, lass mal deine Pokémon rüberwachsen Dich kenne ich doch von der Trainerschule Du bist also gleich nach Haululi gekommen Jo, du aufgeblasener Typ Was fällt dir ein, uns zu ignorieren? Den machen wir platt Dem wird richtig fett Der Schädel brummen Meine Güte Es ist Diebstahl, die Pokémon anderer Leute an sich zu nehmen Gameplay mal richtig Dürfte ich dich bitten, den Herrn da zu übernehmen Ich kümmere mich um diesen hier Hm Sieht nicht schwierig aus Ich werde dir zeigen, was für ein Pro ich bin Im Umgang mit Pokémon bin Check this out Hm Große Klappe, nichts dahinter ist ja meistens der Fall, ne? Team Skull Rüpel fordert dich heraus Tja, lächerlich Los, Lendenbrand Brenn ihm einen über Fortspiel Feuerzahn Zack Direkt platt Weg mit dem Dreck Lendenbrand erhält 43, bla bla Ibuprofen an den Propfen Penisflieger Penisflieger erlernt Flügelschlag Immerhin Echt jetzt? Das war's schon? Tja Du hast mir gezeigt, was für ein Pro du im Umgang mit Pokémon bist Hey Bro, tun wir so, als wäre das nie passiert Lass uns lieber eine Biege machen Elimas blöde Pokémon brauchen wir eh nicht Meine Güte Das hast du gut gemacht und deine Pokémon natürlich auch Als Zeichen meines Dankes werde ich sie für dich heilen Als ich dich und dein Pokémon Team in der Trainerschule gesehen habe, wurde mir mein Interesse geweckt Erst bringt dich Professor Kokui persönlich dorthin und dann gewinnst du auch noch problemlos gegen die Direktorin Jetzt musst du mir nur noch beweisen, dass du geeignet bist, dich meiner Prüfung zu stellen Was sagst du? Fühlst du dich mir gewachsen? Ja Klar Dann präsentiere ich dir voller Stolz die Pokémon von Captain Elima Captain Elima fordert mich heraus Das wird doch ein Zucker schlecken Pfff, Magunior Da lache ich doch drüber So Ihr merkt schon, Feuerzahn ist so meine Lieblingsattacke Feuerzahn und Blut Oh Er hat ihn nicht ganz kaputt gemacht Das ist natürlich Dann machen wir jetzt nochmal Glut hinterher Ein Trank Boah, feiger Hund, du Hätte ich das gewusst, hätte ich nochmal Feuerzahn eingesetzt, weil das stärker ist als Blut Jetzt gehe ich kein Risiko mehr ein So Was hat er davon? Lendenbrand erhält 57 Erfahrungspunkte Ne, ich wechsle das Pokémon nicht Fahrbiegel Ja, was wohl? Feuerzahn Zack Weg ist er Voll easy Captain Elima wurde besiegt Nicht schlecht, diese Runde geht an dich Du bist, nein Du und deine Pokémon seid ein sehr interessantes Team Bitte lege unbedingt meine Prüfung in der Vegetationshöhle ab Ich nenne sie die Elima Prüfung Du findest die Höhle hinter Route 2 Dein Rotan-Pokedex zeigt dir wo Also dann Alola Machen wir uns auf den Weg zu Route 2 Ja Rotom, wenn du mir das zeigst, wo es hingeht Dann doch gerne Oh, was kommt jetzt? Oh, was kommt jetzt? Gut, dass ich dich treffe Weißt du, ich fühle mich oft hilflos Ich verlaufe mich häufig und kann nicht mal Kleidung alleine kaufen Du bist ganz anders Die erste Prüfung deiner Inselwanderschaft steht also an Du bist auf dem Weg zur Vegetationshöhle, nicht wahr? Ich habe da etwas in einem alten Buch gelesen Früher soll die Inselwanderschaft auch dazu gedient haben, sich zu beweisen Und die Stärke zu erlangen, gegen die Schutzpatrone von Alola zu kämpfen Kapu Riki soll nämlich Pokémon-Kämpfe lieben Das habe ich in Lili gehört Eine Frage beschäftigt mich Falls wir Kapu Riki begegnen, würden wir dann wohl erfahren, warum es dich und Wölkchen gerettet hat? Piu GameBlamer, viel Erfolg bei deiner ersten Prüfung Ich drücke dir ganz fest die Daumen Das ist sehr nett von dir, Lili Danke Nanu, es kommt mir so vor, als hätte ich sowas von Route 2 schon mal gesehen Tau Hallo GameBlamer Es ist mir endlich gelungen, Taurus zu beruhigen Würdest du mir einen Gefallen tun und das nochmal streicheln? Macht den das irgendwie sexuell an oder sowas, dass ich Taurus die ganze Zeit streicheln soll? Soll ich vielleicht noch einen kleinen Korb voller Kätzchen streicheln? Tau Hört sich ein bisschen an wie meine Mautzie, ne? Mäh Sieh mal, wie sehr es dich freut Vermutlich spürt es deine Liebe zu Pokémon Übrigens, ich glaube, es ist immer so aufgeregt, weil es gerne selbst auf Inselwanderschaft gehen möchte Flup Wie, du möchtest Fangenspielen? Na gut, der alte Hala wird aber nicht verlieren Schließlich bin ich Inselkönig Alles, da hört sich vieles immer so falsch an Es hört sich vieles so falsch an Bist du ein Trainer? Oh Sieh dich vor, wenn das hohe Gras auf Route 2 raschelt, das ist bestimmt ein wildes Pokémon Das es auf unbedarfte Trainer abgesehen hat Das Gute daran ist aber, dass diese Pokémon oft Items fallen lassen, wenn man sie besiegt Komm her Bam Ein Raschelpokémon Ein Makuhita-Wild Das könnten wir doch noch fangen Wir haben ja noch einen Platz frei im Team Wenn wir es nicht direkt vernichten mit Feuerzahn Jetzt noch eine etwas schwächere Attacke Nein Aber jetzt zeige ich euch einen Trick Wenn ihr tatsächlich verkackt und es geht euch so wie mir Und jetzt, ihr tötet einfach Makuhita Dann macht ihr das folgendermaßen Ihr geht aus dem Bildschirm raus Aus Route 2 Geht wieder rein in Route 2 Und siehe da, es raschelt wieder im Gras Es rappelt im Karton Und dann könnt ihr nochmal versuchen, Makuhita zu fangen So könnt ihr natürlich auch Erfahrungspunkte spammen Oh, es ist gar nicht Makuhita Es ist ein Radfratz Warum ist es kein Makuhita? Das ist aber jetzt seltsam Machen wir mal Feuerzahn Den können wir ja Obwohl, einen Radfratz haben wir auch noch nicht War eigentlich jetzt blöd War eigentlich jetzt blöd Den so wegzuballern Naja, aber es sind nicht gerade Es sind nicht gerade Die Schwächsten Pokémon, die da auftauchen Und es sind halt Pokémon, die wirklich Items oft fallen lassen Wie zum Beispiel hier Jetzt haben wir eine Siedelbeere gekriegt Ach, scheiße Naja, auf jeden Fall Jedes Mal kommt dann Wenn ihr rein oder raus rennt Raschelt das Gras wieder neu So, Feuerzahn Seht ihr, deswegen wollte ich noch ein leichtes Pokémon haben Weil im Gras Da haut man alles weg So stark sind meine Pokémon schon Eigentlich müsste ich Wingull ausrüsten Aber jetzt machen wir mal ein paar Trainerkämpfe hier Ich habe euch ja gesagt Ich werde euch nicht zuspammen mit Irgendwelchen Jagd Sessions Die mache ich dann Abseits vom Let's Play Dann besteht eine nächste Prüfung darin Mich in all meiner Schönheit zu besiegen Jemand den Schönheit zu besiegen Dürfte mir etwas schwerer fallen Was ist das für eine blöde Lache von mir jetzt Naja So Schlecker Leckerschlecker Bäm Weg ist Nebulak Tja, das war wohl nichts, wa? Jetzt zeige ich euch das nochmal Weil wir haben ja jetzt gerade den im Raschel Nur zeigen, dass es auch funktioniert Nicht, dass ihr jetzt denkt Ja, jetzt hat er den kaputt gehauen Und jetzt kommt da bestimmt kein neues Pokémon mehr Da, jetzt raschelt es da wieder im Gras Wir können noch Also wir könnten ja nochmal so Komm, paar Schritte nur Einen machen wir noch Einen nehmen wir mit Einen machen wir Aber es ist wieder ein Radfratz Aber ich meine gut Wie gesagt, ein Radfratz habe ich ja auch noch nicht Wäre eigentlich cool im Team zu haben Obwohl das glaube ich nichts anderes ist Als mein Dildo Jam Toh, ich habe ja nur effektive Attacken Obwohl, will ich wirklich eine Radfratz haben im Team? Radfratz pumpt sich auf Pappt sich auf Naja, komm, fangen wir einfach mal Zack Na, na, bleibt drinnen Der hat ja auch schon einen relativ hohen Level Level 9 oder Level 10 Level 9 meine ich Ach, jetzt muss ich ihm auch noch einen Namen geben Ähm Schnüffler Naja, wir könnten Attacken behalten Das hört sich gar nicht interessant an Ah, jetzt muss ich Radfratz einen Namen geben Radfratz Radfratz Ja, wie nennen wir Radfratz? Ich habe da schon einen Namen im Kopf Ratschwanz Finde ich gut Ratschwanz hört sich auch gar nicht eigentlich so pervers an Wie der ganze Rest meiner Pokémon Ich muss an mir arbeiten Ich werde zu nachlässig Was die Namensgebung angeht Einfach ums Gras rum Oh, Friedhof Jawohl, Friedhof Nehmen wir mit Ja, man muss ja immer die Ecken abgehen Weil da liegen dann meistens Ui Weil da liegen dann nämlich meistens die Pokébälle rum Ein Trankugil Habe ich ja noch nie gesehen Ist auf jeden Fall Geist Muss ich auf jeden Fall So eine Geistfähigkeit Aber die ist dann schon wieder zu stark Wahrscheinlich Nein Ui Versuchen wir es mal Versuchen wir direkt mit dem Superball auch Da will ich kein Risiko eingehen So ein Geist Pokémon wäre schon nicht schlecht im Team Nein Fuck Ja, egal was ich jetzt Ich kann ja damit eigentlich nur Schlecker als Angreifen Und dann ist das Viech tot Plap Weg Ja, schade drum Schade drum Hätte ich gerne im Team gehabt Wenn ich ehrlich bin Also wirklich Ehrlich So Ganz Ehrlich Voll ehrlich So Kein Pokéball in der Ecke Ah, da Haha TM100 Vertrauenssache Seht ihr? Ich hab doch einen Riecher für sowas Ein Trainerkampf Jawohl Hier liegen meine Pokémon begraben Sie waren wie eine Familie für mich Aber anstatt Trübsal zu blasen Möchte ich ihnen einen heiteren Anblick Bla bla Hahaha Bla bla Oh mein Gott Gentleman Windfried Wie der guckt Der guckt schon wie so ein Pädophiler Opa Opa Das ist so ein Heeeh Komm, ich hab hier was zum Streicheln für dich Steig in mein Büsslein Na komm Feuerzangenbowle hier Zack Oh, nicht ganz weg Oh, nicht ganz weg In solchen Momenten Wünsche ich mir Dass ich die Pokémon von Trainern fangen kann Der sieht ein bisschen aus wie der Marshmallow-Mann Oder wie, äh, Majin Boo Oder? Der wurde auch geklaut Penisflieger erreicht Level 10 Gut Da war auch noch ein Trainer Zack Oh, ich werde nur Attacken verwenden, die meine Pokémon geliebt haben Geliebt haben? Geliebt hat? Stand da glaube ich sogar, ne? Hä? Pokémon-Züchterin Naila Erinnert mich ein bisschen an eine Nele, die ich mal kannte Ach, da habe ich auch schon ewig nichts mehr gehört Da bin ich doch bei meinen Eltern gewohnt Mein Gott Nette Waldorf-Schülerin war das Tja, da haben wir Pikachu einmal Im Spiel und dann Zack Weg Und ich bin paralysiert Toll Das ist ja echt klasse Und darf ich jetzt erstmal in meinem Beutel gucken, ob ich Antiparalyse-Zeugs habe Paraheiler habe ich tatsächlich Wo habe ich den denn her? Ich kann auch mal einen Trank einsetzen für Radfratz Aber, äh, Ratschwanz Ist aber eigentlich, äh, Rausschmiss, glaube ich So, ein super Trank auch noch Auf die Säcke da Und noch ein Trainer Wenn ich den Pokémon-Friedhof besuche, habe ich immer Tränen in den Augen Habe ich auch Weil ich immer so traurig bin, dass alle gegen mich verlieren Angestellter Kiano Angestellter Kiano Das ist, das ist, äh, Mist Das ist Mr. Anderson Das ist Neo Kiano Reeves Und Bäm Ach, das ist so schön Das ist so schön Propfen Erreicht Devil 14 Tja Bin ich wohl der Auserwählte So, ist hier noch was Ja, noch ein Ball Riesenpilz Hm So Ja, jetzt müsste ich eigentlich Oh, da ist auch noch ein Ball Paraheiler Noch ein Paraheiler Das ist sehr gut So Ja, damit haben wir den Friedhof auch Gecleared Gecleared Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir da irgendwie an den Pokéball rankommen Dürfte aber eigentlich kein Problem sein Hier lang Oha, durch Gras So Heilball Okay Wäre ich fast hier nochmal runtergefallen Ohne den Ball einzusammeln Okay, halt nur gequatscht Noch ein Trainer Mein Gott Sind hier viele Trainer unterwegs Oh, mein Arm juckt Vorschüler Cedric setzt Habitac ein Na, das dürfte ja wohl kein Problem werden Ein Flugpokémon Feuerzahn Feuerzahn Fast aufgebraucht schon Der wehrt die Attacke ab Was ist da los? Was ist denn da jetzt falsch gelaufen? Jetzt aber Zack Weg Dafür, dass du abgewehrt hast Pipetto erreicht Level 14 Ratschwanz erreicht Level 10 Ratschwanz versucht Biss zu erlernen Biss ist immer gut Äh, dafür kann der Rutenschlag vergessen Rutenschlag ist sowas von sinnlos In meinen Augen Jetzt habe ich Nachsicht Äh, die Nachtschicht Jetzt habe ich Nachsicht Wie auch immer Oh, Pipetto entwickelt sich weiter Jawoll Zeig uns was du kannst, Baby Schöne neue Animationen für Weiterentwicklung Mein Pipetto wurde zu einem Trompeg Sehr schön Und es gibt noch eine weitere Weiterentwicklung Uiuiui, da bin ich mal gespannt Schau dir das Pokémon Schau dir das Pokémon, das sich entwickelt hat Gleich mal genauer an Ja, das ist uninteressant Ich bin manchmal so herrlich Desinteressiert So, was ist hier jetzt los? Boto Boto geklammert sich an dir fest Und lässt sich nicht mehr los Anscheinend möchte es dich zu dem Bärenfeld führen Was geht auf dem Bärenfeld nur vor sich? Ob es Probleme gibt? Schon wieder Team Skull Bären sind zwar voll lame Aber Team Skull wird sie trotzdem einheimsen Yo, geht das in deinen Schädel rein, Alter Die Bären sind jetzt unsere Keine Frage Yo Ich trete meine Bären liebend gern an Pokémon Aber auf keinen Fall an Typen wie euch Mein Homie und ich sind also weniger wert als Pokémon Willst du uns dissen oder was? Was glotzt so, hä? Hä? Du schon wieder? Willst du dich schon wieder mit uns anlegen? Am Hafen haben es wir vielleicht vergeigt Aber jetzt machen wir ernst, Bro Danke, dass du mir helfen willst Aber Team Skull sind einfach nur halbstarke Aufschneider Mit zu viel Freizeit Große Klappe und nichts dahinter Kümmer dich nicht um sie Und setze deine Inselwanderschaft fort Hey, was fällt dir ein, Alter? Red nicht über uns, als wären wir nicht hier, klar? Willst etwa abhauen? Wir machen dich platt Und schnappen uns auch deine Pokémon Dir werde ich zeigen, was für ein dickschädel ich sein kann Schau genau hin Team Skull Rüpel fordert dich heraus Traumato Da lache ich dort drüber Feuerzahn Bäm Und weg Lendenbrand erhält Wieder Erfahrungspunkt Lendenbrand erreicht Level 17 Jo, es setzt mich ganz schön an Dass man mich so einfach dissen kann Tja, so läuft das eben Oh, Flamaui Entwickelt sich weiter Oh, geil Mitzunda Boah, sieht richtig geil aus Eintrag im Pokédex Sehr geil Ja, ist immer noch Feuer Boah, echt jetzt Du bist viel zu stark Das will mir nicht in den Schädel Das nervt mich so gewaltig Dass ich jetzt Elima den Tag vermiesen werde Gute Idee Die Vegetationshöhle ist ja nicht weit von hier Mein Bro redet ständig von Schädeln Damit dein Dickschädel ihn nicht mehr vergisst Also merkt dir gefälligst, wer er ist Oha, du und dein Mitzunda Das war doch schön Das war doch schön Und wie es weitergeht Jetzt geht es nämlich zur Vegetationshöhle Und zum Trainer Das werdet ihr in der nächsten Folge sehen Ja, nicht zum Trainer Zum Prüfer Ich hoffe, es hat euch gefallen Vergesst den Daumen nach oben nicht Stay tuned Euer Gameplay-Mart Ciao Das war's mal wieder mit dem Video Wenn es euch gefallen hat Dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram Und das ist alles kostenlos